Ich bin auch froh, dass ich meine Maus hier gerade nicht zu Tode klicke. Ich rede mal mit dem. Ja, ich versuche einfach mal den zu schmieren. Ja, hier, 300. Das war ja easy. Ich frage mich, ob ich gerade Geld rausgeworfen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich speichere hier einfach mal. Da wird gehustet, kranke Frau. Gefangener, da hinten. Da hinten, ich habe ihn erblickt. Guten Tag, ich bin müde. Ja, ich auch. Hi. Ähm, na toll. Ja. Also 10 hätten gereicht. Draußen wahrscheinlich auch. Stay away from the prisoner. I want to ask some questions. Shh. He's talking. Kalkstein. He's passed out. Shove off. There's a commotion in the corridor. Bloody thugs. Ramsmeet sent them. Da ist eine commotion. Okay, ich rede mal mit dem. Ähm. So, ich mache die jetzt einfach mal mit fertig. Dann vertrauen die mir vielleicht ein bisschen mehr. Darf ich vielleicht ein bisschen mehr. Bandit mit weichem D am Schluss. Das gefällt mir auch sehr gut. Ein Bandido. So, dann habe ich denen jetzt ein bisschen geholfen. Ähm. So, Moment. So, dann haben wir den auch. Ganz kleinen Augenblick. Ja, du kannst ruhig ein bisschen böse sein. Das nimmt dir keiner übel. Ich bin auch ein bisschen böse. Sind wir alle miteinander einfach mal ein bisschen böse. So, Moment. Das haben wir gleich. Habe ich mich verklickt? Das ist sehr schön. War auch schon mal besser. Aber egal. Hat sogar automatisch das Stahlschwert gezückt. Es ist entzückend. Ja, dann sterbt halt. Aber macht das langsam. Leise zumindest. Man kann sich ja hier kaum konzentrieren. Okay. Ja, gut. So ein Bier nehmen wir mit. Das kann man auch mitnehmen. Was ist das denn? Dörrobst. Klar. Ja, dann. Ich. Jeder muss sterben irgendwann mal. Das ist jetzt nichts Besonderes, das nur du kannst. Alter. So, eine Wassermelone nehmen wir natürlich auch mit. Die kommt einfach hinten in die Arschtasche. Die passt da auch schön rein. Ist auch nicht zu groß und nicht zu klein. Ist wunderbar. Da sind auch noch Überreste. Ach so, die habe ich ja mit Absicht nicht. Okay. Kalkstein, hat er gesagt. Kalkstein eher. Kalkstein eher. Das ist wunderschön. Ich weiß aber nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Ich gehe jetzt einfach mal zu dem, wie heißt er? Raimund? Ich weiß es nicht. So, der steht hier. Wunderbar schmieren. Raimund ist da vorne ums Eck. Gleich da links und dann rechts rein. Da ist Raimund zu Hause, den ich zuerst für Thaler gehalten habe. Ha, wie konnte mir das nur passieren? Schauen wir mal. Äh, Raimund. Ja, äh, hier. So, I got to the prisoner. So, I got to the prisoner. He spill anything? Didn't have time. Ramsmeet's man attacked. You sure? Strange. Ramsmeet wants Salamandra gone. Unless something I don't know about has occurred. Jarved might have scared him. Jarved might have scared him or paid him off. I've met Kalkstein. I've met Kalkstein. He didn't look the criminal. How do you want to proceed? Patience. This is just like fishing. I prefer hunting. Then gain Kalksteins trust. Do him a favor. Learn something that interests him. You could get him to hire you. And talk to Ramsmeet. But don't overdo it. There's one with a short temper. Okay. Wir haben aber noch einige Themen, die wir besprechen müssen. Raimund. Ja, das ist okay. Hier. So, I question the captain of the city guard. Any conclusions? I don't have enough facts. That, which here is what investigations are about. Getting the facts. Ask around about Vincent and Salamandra. Talk to anyone you can link to our suspect. Find a promising lead. Ask the suspect about it. His reaction will speak volumes. Once you have a clear picture, confront him. In the meantime, follow through on all the other leads. No matter how insignificant they might seem. Okay. Und, äh, ja. Tschüss. See you soon. Kalkstein also. Was stand da jetzt für ein Questtext? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ähm. Mit Raimund über Kalkstein. Zu sprechen. Kalkstein vertraut mir bereits. Ja, toll. Ist auch schön. Dass der mir jetzt vertraut, da ich durch Raimunds Tür gegangen bin. Was ist das denn? Ähm. 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 Hallo. Elite-Mäuchler. Ja, warum nicht? Ja. Natürlich. Warum nicht? Ich habe auch nur nicht gespeichert. Ah, Autosave. Ah, okay. Nice. Ja, Moment. Ich muss da jetzt reinkommen und muss da jetzt, äh, gleich sofort Igni wirken. Einfach nur, damit's, äh, gewirkt ist. Ähm. 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 Haben wir gleich. So, okay. Moment, Moment. Ja, ich fordere die Salamandra heraus. Stell dir vor, es ist nur ein Jumbo-Plezier, euch herauszufordern. Es sei denn, ich sterbe dabei schon das zweite Mal. Das wäre dann nicht so gut. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Ist das auch das Stahlschwert, was der verwendet? Muss ich mir jetzt jedes Mal diese Szene ansehen? Ich will die Szene nicht sehen. Ist uninteressant. Ja, warum ist das Zeichen nicht ausgewählt? So, Moment. So, ähm, hier. Hallo, jetzt greif doch an. Warum hörst du auf, anzugreifen? So, Raimund lebt auch noch. Ähm. Nice. Okay. Beim Drill, aller guten Dinge sind drei. Wie? Danke, Geralt. Du hast mir geholfen. Die Bastards snuck in hier. Somehow, sie haben herausgekommen, ich bin nach ihnen. Wer? Was ist das? Salamandra. Ich war ein Schritt weg von lösen. Ein Schritt weg. Relax, Raimund. Du bist jetzt sicher. Nichts. Sie sind mir folgen, Tag und Nacht. Ich muss mich finden, um sie zu verlieren. Was machen wir? Ich werde ein falsches Begriff. Du fragen, und du suspects. Wer? Hier, take these notes. They list all the key leads. What do you intend to do? They are on my heels, so I've got to disappear. I'll draw them away while you pursue the investigation. I'll find you, White Wolf. Okay. Leuwarden und Boxfleisch. Okay, warum nicht? Auch interessant. Okay, hier haben wir noch ein paar Überreste. Ich schau mal, was die bei sich haben. Was ist das denn? Methena Rosé. Okay. Natürlich nichts gegen einen schönen Toussaint Rö, aber es ist wenigstens für meinen. Ich will nicht die Überreste, ich will den Ausgang, ehrlich gesagt. So. Ja, die Geheimnisse der Hexer. Ich will sie mal vertraulich. Den Kaufmann Leuwarden. Thaler. Warum steht da Thaler? Trotzdem, da ist Leuwarden. Stimmt, Leuwarden ist da draußen. Und warum steht da jetzt Thaler? Ach, ich muss zu Thaler gehen oder... Oder... Nein. Irgendwie nicht. Egal. Okay, ich esse mal ganz kurz was. Was essen kann man nämlich auch zwischendurch mal machen. Stört bestimmt niemanden, wenn Geralt hier mal ganz kurz während des Let's Plays was isst. So, Tor zum Deich. Gehen wir mal da hin. Schauen wir mal, was da los ist. Äh, ob da was los ist. Ich bin sehr gespannt. Aha, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Aha, mhm. Was ist das denn jetzt? Bestimmt wieder Ertrunkener. Yo, ein Ertrunkener. Ich bereite mich vor. Yo, habt gesessen. Definitiv. Das hat ihn gut getroffen. Und gut was... weggemacht. So, Leuwarden ist aber gerade nicht da, weil es nachts ist. Und nachts ist er natürlich irgendwo in einem Bett. Und liegt da. Halb ohnmächtig. Und ist kurz vorm Abnippeln. Und, äh... Ringt um Atem. Weil die Luft zu schlecht ist. Das Feuer... Das Feuer ist nicht out. Das Feuer ist on. Dem Feuer ist real. So, dankeschön. Haben wir das auch wieder. Erstmal ein paar Stunden meditieren. Dass, äh, Leuwarden auch, äh, auftaucht. Da hinten ist Leuwarden schon. Ich, äh, habe ihn schon erblickt. Ich gehe da hin. Ich, äh, torke zu... Ich torke zu ihm. Wo ist das Leuwarden? Nö, das da ist Leuwarden, ne? Okay, das ist auch nicht Leuwarden. Das ist Leuwarden. Der Clan Leuwarden. Der Typ. You again? They let you into town. Are you Leuwarden? I am. Let's talk. Yes. Ähm, niam, 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 niam. Hier. Zuerst frage ich ihn, das. I seek the Sephiroth stones. I haven't yet located them all. I thought you might know such art and oddities. I once purchased one for its magical potential, which turned out false. And I paid a major costly sum for the examination. Then would you sell it to me? Sell my Tipperat? I'm rather fond of it. I'll give you a good price. Five hundred orns? I didn't think it was worth so much. But all right. I wear Tipperat as an amulet. We can deal right now. I have five hundred orns, though it's quite a price to pay for a stone. I sadly relinquish it. But my reputation would suffer, as would my business, if I did not deal. The Sephiroth is yours. Gut. Toll. Wieder um 500 Ohren. Leichter. Ähm, hier. I suspect you know about Salamandra. I know nothing. We'll see. Can I return to my business? We need to talk about your dealings with Salamandra. You paid to have the professor released. Why would I bother with the criminal? Why not? Would I do it so clumsily as to implicate myself? Ähm, ich glaube euch nicht. I don't believe you. I don't have any definitive proof, so I'll let it lie. For now. Wise choice. You should trust your instincts more. Ja, und jetzt? Boxfleisch. Natürlich. Ich befrage Boxfleisch. Schauen wir mal. Äh, da ist ein Kaufmann. Den brauche ich ehrlich gesagt nicht. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich noch? 426. Das ist schon sehr wenig. Wenn ich das mal so anmerken darf. So. Schauen wir mal. Tempelbezirk, Tor. Ich gehe mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz, äh, wieder in den Tempelbezirk rein. Und dann schaue ich mich mal um. Und, äh, armes Mädchen. Armer Mann. Pechschwarz. Ach, der Typ wieder. Priester, Stadtbewohnerin. Boxfleisch. Boxfleisch ist wahrscheinlich nur nachts in der Kneipe. Vermute ich. Wenn ich die Kneipe denn finden würde. Die müsste eigentlich da irgendwo da hinten sein. Da unten. So, ich schaue mal ganz kurz. So, Moment. Wir sind ja gleich da. Wir sind ja gleich da. Rausschmeiße. Ich schaue mal. Ich klopfe mal an die Türe. Okay. Schade. Ähm, gut. Dann gehe ich einfach mal da vorne rein. Und schaue mal, ob der da ist. Wenn nicht, dann nehme ich mir ein Zimmer und meditiere einfach ein bisschen. So, Gasthaustür. Schauen wir mal ganz kurz, ob Boxfleisch auch tagsüber hier ist. Ein Spieler ist da. Ein Schurke ist da. Der Schankwirt ist da. Was mache ich jetzt hier? Ich würde nichts stehlen. Ich will hier eigentlich nur... Munro Varda. Wer ist Munro Varda? Ehm... Ehrlich gesagt, nö. How's life? Can't complain. I have a nice slow job. As a bouncer. That's slow. The guests settle things between themselves. It's a quiet place. Birds don't ever shit in their own nests. Okay. I'll find you later. Okay. Ist das jetzt... Nein, ist nicht Loiwaden. Ist nur ein Typ, der aussieht wie Loiwaden. Gut. Ähm... Gut. Schankwirt. Verdammt. Was auch immer du machst, nicht auf die Boxen. Es ist reinget. Was willst du? Ähm... Zimmer. Any rooms? Five Orans. Ja. Schönes Zimmer übrigens. So. Ähm... Nachts. Ähm... Hier. Dankeschön. So. Ja, ich weiß, es ist langweilig. Aber es musst du mir nicht alle fünf Sekunden auf die Nase binden. Wenn ich das so ausdrücken darf. Boxflash! Hi! Äh, hier. Hast du das Salamandrasign gesehen? Ich habe es viel gesehen. Hast du ein Problem mit dem? Ähm... Azar. Bestes, erzähl mir alles, was du kennst. Das Name Azar bedeutet nichts? Ich habe eine Regel. Bevor ich jemanden's Halt schreitze. Ich gebe ihnen ein paar Tipps. Never threaten me. Make sure you remember that. I mean... Image is everything. Right? Ich muss trotzdem mit dir über die Salamandra sprechen. Ist mir egal. Ich muss trotzdem mit dir über die Salamandra sprechen. Deine Leute haben mich in der Krankenhäuser attackiert. Okay, dann glaube ich dir das mal. Aber das nächste glaube ich dir nicht. Let's say I believe you. I'm short on proof. So let's say I leave you alone for now. Thanks a lot. But you'll allow me not to fall at your feet. If you do happen to find Jarved, I'll be glad to hear about it. And if you find any of his underlings, I wouldn't mind having a chat with them too. Okay, jetzt muss ich auf Raimund warten. Natürlich, dann warte ich halt einfach mal auf Raimund. Ich stelle mich jetzt hier hin, 10 Stunden lang und warte darauf, dass Raimund mit mir spricht. Was willst du? So, ähm... Ähm, ähm, Abzeichen verkaufen. Ich will eine Badge verkaufen. 10 Euro ein Stück. Yo. Deal. Okay, das heißt, er kauft die Abzeichen. What do you want? Ähm, 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 ähm... Ich will eine Salamandra-Basche. 10 Euro ein Stück. Ich komme zurück. Ich habe Abzeichen. Ich habe einige Zahn... Abzeichen... Wo sind meine Abzeichen, Alter? Ich habe die Salamandra-Broschen bis jetzt immer mitgenommen. Immer. Oder stackt er die alle hier oben? Hm. Schande. Schande. Hm, hm. Mr. Marlow hat mich. Was ist passiert? Raimund sagt, er hat ein paar neue Informationen. Kommt zu seinem Haus, so schnell wie du kannst. Danke für die Message. Nice. Okay. Resoluter Junge. Ach komm. Ehrlich jetzt. So, machen wir es mal so. Äh, ich greife den einfach mal an, bis der kaputt ist. Okay.